hallo und herzlich willkommen heute ist ein kleines paket angekommen jetzt mal das kind was wir da drinnen haben ich weiß schon was es ist und es ist die mini tin dieses design habe ich leider schon aber egal öffnen wir sie mal hatte schon gesehen ich zeige es jetzt einfach am anfang gold die gold linie leider habe ich jetzt schon gesehen gezeigt aber ich habe ja schon wahrscheinlich gesehen muss ja auch gemacht hat von daher ist es ja kein problem an den mit zur seite freut mich sehr da haben wir stefan kuhlowitz von sandhausen die haben ja gestern 32 gegen münchen gewonnen also haben starkes spiel gemacht philip kostet er in hand um hsv die ja momentan sehr sehr schlecht sind ein adion so gut nevs und köln wieder ein hamburger warum sind da sind so viele hamburger drinne riebic habe vom aufsteiger sc freiburg dann haben wir warela von eintracht frankfurt nils petersen der torjäger von freiburg warte was ist es brandimir gotter felix platte von darmstadt sebastian rudy von der tsg dann haben wir sané terrazino von der tsg auch der allrounder von von darmstadt gondorf da haben wir hier bernard von bayern die ja 1 1 gegen hoffenheim gespielt haben hoffenheim hat ein sehr starkes spiel gemacht aber bei hat er zwei pfostenschüsse roman bürki teamsley common adrian ramos von dortmund die ja momentan so mittelmäßig sind von der leistungen manu in neuer und jetzt kommen wir zu den power karten da haben wir logo von leipzig logo von karlsruhe karlsruhe mann ich kapitän medat ibisewitsch fehlt mir glaube ich noch sehr cool und match winner vincenzo grifo das war es dann von der militan hier noch mal die gold limi mega cool jetzt haben wir noch fünf boosters hier von der magitex serie wenn ihr noch mal wollte die verteilung ich habe schon oft genug glaube ich gezeigt für euch ich brauche die ja nicht ich finde es unnötig da im internet zu spielen robert leipatz dann kayubi denn es augen oscar rent wieder lewitsch hat mir auch gerade in der mini team wieder haben wir auch in der mini team dann julian traxler samperio schon wieder karlsruhe logo und matchwinner pittengurt der erste matchwinner gleich im ersten pack auch cool ich kann fast den code nicht zeigen anthony modest der torjäger von köln hat ja letztens ein dreierpack gegen hamburg gemacht dann so da bin ich wieder mussten kurz pause machen weil es kann ein bisschen laut war dann geht es weiter mit die gemeier halfa scale brett der allrounder thomas müller christian pulisic cool habe ich dortmund voll sandro wagner gericks dortmund logo und star spieler max meyer kleber reis von hamburg gerhard reiche ich muss jetzt ein bisschen schnell machen weil wir haben es etwas eilig hochland ramos manuel neuer fernandes drei jahren bayern münchen logo und star spieler sagt vorletztes päckchen ist wieder nicht die linie sind wieder nicht die linie also wirklich nur katscher riedwald hamburg logo und kapitän philippa habe ich auch schon sein zweites mal jetzt gezogen und ein hoffenheimer mittelfeldspieler noch als letzte power card hier noch mal kurz soller waldschmidt adlung oberjange treujäger ribery bender kim jung wird mainz logo und kapitän eugen polanski das war's tschüss